Piraten in Bayern Piraten in Bayern. Zumindest im Bayernpark sind sie anzutreffen. Das ist freilich nur eine Attraktion des Freizeitparks. Es gibt rasante Fahrgeschäfte, kleine und große Karussells, die ausprobiert werden wollen. Natürlich haben zumindest zunächst die spektakulären Achterbahnen, die Wildwasserbahn und ähnliche Gerätschaften, die einen durch die Luftwirbeln den größten Zulauf. Aber auch das althergebrachte Kettenkarussell findet seinen Zuspruch. Und selbst dort, wo man selbst aktiv werden muss, also beim Trampolinspringen oder an der Kletterwand, haben kleine und große Besucher ihre helle Freude.